Hallo und herzlich willkommen zurück zu Magica. Heute Lavasee. Oh ist das wunderschön. Ja, äh, lustigerweise habe ich hier gespeichert am Checkpoint und vergessen, dass ich doch den... dass ich brenne. Yay. Och. Nein, 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 ok. Und zwar habe ich vergessen, dass... ja, ich den Stab nicht mehr hatte. Und jetzt muss ich hier weiterspielen mit dem verdammten Standardstab und dem Standardschwert. Wo ich das Schwert natürlich nie benutzt habe, aber es ist ärgerlich. Es ist wirklich ärgerlich. Tief gebrochen. Was wird ich hier gebunden an... Gebunden an den Stab. Gebunden an den Tod. Gebunden an Lava. Wie komme ich da hoch? Oh, wie komme ich da hoch? Oh, einfach. Okay. Ob es Eis-Kugeln auch tut. Ja, die flirten mich doch mal. Mich ist ja auch mal ein Sinnesmoor, oder? Ähm, Gefrierstrahl. Wunderschön. Untersuchen. Hm? Zwei tolle Knien vor einer Art spirituellen Führer. Der Erlöser. Der Erlöser. Aber in... Zwergen-Manier... Irgendwie hässlich. Ich versuch's nicht erstmal... Okay, vergiss es. Ich hab an. Flieg! Ähh... Ich... Ich hab ja zwei Heeresgeben. Nein. Oh Gott, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich würde sterben, aber ich bin einfach nur gestorben. Und irgendwie wurde der Schutzschild einfach so aus meiner Leiste entfernt und ich hab einfach einen riesigen Erdball auf mich drauf gecastet. Und darf jetzt den ganzen Weg nochmal laufen? Ist das nicht toll? Die Welt ist einfach wunderbar. Flieg einmal. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Haha. Latsch. Äh. Hehehe. Ich will nicht mehr. Irgendwas hat mich ganz schön heftig erwischt. Opa. Ich will nicht mehr. Es geht nur weiter. Ich will nicht mehr. Ich muss nicht mehr. Der Gefrierstratus Geflug Flieg Das war klug Ja, oh mein Gott, das ist so bescheid hier zu campen Das ist halt noch nur sau schwer Weil dort dieses Untersuchending da kommt So, ich erkunde den Lavasee Hier sind noch Echsen Oh oh Nicht cool, gar nicht cool Lava, Lava, überall ist Lava Oh Ja Ist das nicht schön Äh, nein, das ist es nicht Ich habe nicht den falschen Sauber ausgewählt Mal Gefrierstraten Geht alles viel schneller Die Bieten auslösen Und schon Bin ich bereit zu sterben, ich hätte Äh Nein, nein Das ist bei jemand andern Okay Ja Hallo Ich finde sowas nicht lustig, Alter Nein Okay, okay, ich schaff das, ich schaff das Ich schaff das Wie soll man denn mit ausweichen? Wem soll man denn mit ausweichen? Bäh, wem soll man denn ausweichen? Das ist Herr Herz allerliebst Ich muss es doch auf die altmodische Art machen, in dem ich das tatsächlich hier schaffe. Aber ich weiß ja nicht wo. Natürlich. Standard. Kommt ein Feier, mal geflogen. Ja, oder so. Ach, aber die Kämpfe sind so fürchterlich gegen diese Zwergenmagier. Die sind viel zu stark. Den kann ich noch nicht mal was mit dem voll ausgereiften Erdschild haben. Ich muss den Feierschild behalten. Ich möchte den Feierschild behalten. Die Echsen sind doch recht gerstig. Jaaaa, jaaaa, jaaaa. Nein. Nein. Gut flug. Okay, ich stehe. Nein. I hate yaaa. Jaaa, genau. Man kann einfach nichts machen. Und das ist gerade mal der erste Scheißmagier. Und jetzt zerwichst mich er hier schon total. Was soll ich dann erst machen bei den Ränen hier? Außer brennen. Ach. Möchterlich. Hä? Er steht über mir. Oh. Ob ich das hier wagen kann. Vielleicht ist das hier der wahre Weg zur Erleuchtung. Vielleicht gibt's ja auch überhaupt keinen wahren Weg. Vielleicht ist das einfach nur der Weg zur Ware. Ich weiß es nicht. Ich weiß, du stehst mir im Weg. Das ist alles was ich wissen muss. Nein. Oh. Cooler Trick, alter. Okay, der Trick war noch cooler. So. Der Bargier wird wahrscheinlich nicht so dämlich sein. Aber ich kann's versuchen. Oder ich kann's versuchen. Gute Schwimmen Leul, wieso geht er nicht unter? Wieso geht er nicht unter? Verarsch Ich bin da noch Und hier sind mehrere Magier Cool story, bro Okay, diese Strecke hat auch wenig Sinn Aber, dass wir das falsch wissen Versuch es doch einfach nochmal Was bleibt denn schon? Nichts anderes übrig Weeeee Also ich finde das ein guter Party-Trick Jaaa We auto Kilo Musik Man Wart 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 Die Ich weiß nur noch nicht genau wo ich hin soll Verflucht Hey cool Ein Fluss, Dickens Äh, Abfluss, ne, im ersten Fluss richtig Okay, hier geht's also raus Ja, jetzt kommt wieder meine Sozialkompetenz zu tragen Bademantel Ja, okay, Kumpel, ich hab's verstanden Hey Goldbarren, alles voll mit Gold Ich liebe Gold Okay Hör, Pfafnir Wo ist denn der Thron? Sind's so ungefähr da drauf? Und alles voll mit Gold Pfafnir, der Ordinator Aber War das nur? Ich kann's nicht sagen Wer stört meinen Schlummer? Werft euer Leben hinfort in die Hoffnung überbrechnung Ja, mein Gott Wir wollten's dir doch nur erklären Alle sind so angepisst Erst der Tod Dann Blood Nee, falsch Erst Blood, dann der Tod Und jetzt du Und What the fuck Nicht cool Nicht cool Nicht cool, Alter Okay, ich bin Ivo Das ist ja einfach Oder? Äh, wir können einfach gegen seinen Bauch schießen Ja, komm Okay Wenn man keinen Schaden kriegen kann, ist das ja Äh, sein Schwanz ist im Weg Kann er sich selbst auf den Schwanz schießen? Ich hoffe, er versucht uns nicht zu essen Ah, ist das schön Am Bauch von Mama zu liegen Oh Wo will er hin? Ist doch viel zu fett zu fliegen Mach mal ne Diät Walla 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 Äh Haha Sollte er eh mal auf Aufpassen Auf mein Schutzschild noch alles Telekinese Telepathie Na falsch, wie ist das richtig? Au Okay, der Flug macht uns immer noch genug Schaden Der schleudert uns einfach nie zu weit weg What? Ja Wir lieben dich, Fafli Du musst uns helfen Oder so Die Welt geht den Bach runter Alle hassen mich Das sozial kommt Wieso bin ich jetzt gestorben? War mein Schutzschild schon aus? Das kam jetzt ehrlich gesagt ziemlich unerwartet Ah Schlafende Drachen sind mir doch am liebsten Oder welche die nicht direkt angepisst sind Der Dredinator Wenn die Buchstaben Wenn die Buchstaben zu sehr verschnörkelt sind Kann ich sie leider nicht mehr erkennen Aber wie ich nur immer wieder betonen kann Voice-Action in diesem Game ist einfach richtig geil Richtig Baba Oh Oh Cool Ich bin hinter ihm Irgendwo In der Wand Festgepackt Oh Okay, versuch's doch nochmal so Boah Vierge Sehle Sehle Der schießt mich trotzdem kaputt Vielleicht gibt's ja auch hier so neartene Trick Den ich anwenden müsste Also der Trip nicht zu sterben wäre schon mal gut angewendet. Kann ich irgendwas besonderes mit seinem Schatz machen oder den Strahl zurück lenken? Ah, ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Äh... Ah gut, dass wir den Strahl zurück lenken müssen, ist ja super. Ah, ok, deswegen sind wir vorhin gestorben. Wir haben uns einfach volle Kanne gegen jemand gedrückt. Jetzt sind wir im Unzahn noch. Könnten wir viel länger drauf ballern? Ach, ich brauche die Woller. Oh, sein Schwanz ist mir im Weg. Und er hat viel zu viel Leben. Oh. Nur gut, dass wir nicht jedes Mal anfangen zu brennen. Oh, komm schon. Warst du doch mal nicht hier. Verrücktes Drachen. Oh. Uh, kann ich auf sein Schwanz... Wow, wow, wow. Kann ich auf sein Schwanz drauf? Das sah da eben so aus, als ob ich drauf wäre. Ah ja. Oh, er streichet wieder einfach sein Bauch. Ich bin definitiv an einer Stelle an der ich nicht sein sollte Ich kann nicht drauf schießen solange ich in dieser Position ist Ein heftiger Bosskampf Jung! Oh! Ich will uns grillen! Ich hab gar keine Fame mehr wiederbelebt Okay, den kann man ja ganz gut ausreichen Okay Oh oh, fällt der Schild, fällt der Schild Das hier scheint der Wehrschaden zu machen Nein, nein Nein